Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr hört, haben wir heute ein schamanisches Thema und bei mir ist Mira Michelle. Sie kommt aus Kalifornien und auch in England, aber vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor. Kannst du mir erzählen, was du bist, wer du bist oder was du gerade gemacht hast? Ja gut, vier Fragen gleichzeitig. Also, ich bin Mira Michelle und habe gerade einen sehr, sehr alten Song der Jacqui gesungen. Es ist ein Lied der Heilung für die Erde oder für Mutter Erde. Was ich gerne machen möchte, bevor ich von hier zu sprechen beginne, ist, dass ich mich hier öffne und mich verbinde mit dem, was hier ist, mit der Erde, mit Mutter Erde, um ihr Respekt zu zollen, um ein Lied zu singen und eine Gabe im Namen aller Menschen zu machen. Normalerweise machen wir sowas ja nicht, bevor wir eine Sendung beginnen. Hast du jetzt sozusagen die Geister gerufen? Hast du eine Vorstellung davon, was sie denken, wenn wir so eine Sendung mit all den Kameras, ich meine, mit dieser ganzen Technik hier und so viel Elektrizität machen? Wie empfinden Sie es, wenn wir so eine Sendung machen? Naja, ich habe sie nicht wirklich gerufen. Das ist eine andere Arbeit. Aber ich habe den Raum geöffnet und sie willkommen geheißen. Einfach Hallo gesagt. Hier sind wir und wir wollen alle diese Energien, die hier sind, anerkennen. Nicht nur die Kameras und die Menschen, sondern auch das, was vielleicht darunter oder außerhalb davon liegt. Es ist sozusagen eine Art Willkommen, sagen. Okay, wir haben dich noch immer nicht richtig vorgestellt. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wo du herkommst? Offenbar hast du einen indianischen Hintergrund. Ja, auf der Seite meines Vaters. Er ist Afroamerikanisch und ein Cherokee und Blackfoot-Indian. Er hat meine Mutter in Ipswich, England kennengelernt in den 60er Jahren. Er war ein GI in der United States Air Force und sie haben sich ineinander verliebt. Meine Mutter ist Engländerin. Es war ein bisschen so wie bei Guess Who's Coming to Dinner mit Sidney Poitier. Also er ist halt ein schwarzer Indianer und sehr cool. Aber meine englische Familie, die sehr offen waren, haben ihn herzlich willkommen geheißen. Er ist ein guter Mann. Meine Eltern haben in England dann geheiratet und wir haben dort einige Jahre, naja, du weißt schon, Familien, wo der Vater beim Militär ist, die ziehen hierhin und dorthin und hierhin und dorthin und so weiter. Da haben wir viele Jahre an verschiedenen Orten verbracht und irgendwann sind wir in Kalifornien zur Ruhe gekommen. Da war ich ungefähr zwölfeinhalb. Das ist ja eine tolle Mischung. Ist dieser indianische Anteil einfach so natürlich durchgekommen oder hast du nach einiger Zeit erfahren, dass da alte Wurzeln sind, von denen du nichts wusstest? Oder wie ist das? War es die ganze Zeit ein Teil deines Lebens oder hast du es mit der Zeit mehr und mehr entdeckt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag es, wenn mir diese Frage gestellt wird. Ich fühle, dass die Antwort viele von uns einschließen kann. Ich habe immer gewusst, dass es da eine Verbindung gab. Ich habe ein Bild von meinem Großvater gesehen, dem Vater meines Vaters, mit seiner Cherokee-Mutter. Die ist sehr jung, verstorben leider. Damals habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe gelebt wie jede andere westlich denkend und westlich geprägte Person. Und dann in meinem Ende 20 so, ich meine, ich hatte eine Menge über Indianer gelesen, hatte sehr viel Mitgefühl und viele Gefühle darauf gezogen. Aber dann, so mit Ende 20, habe ich einen Native Indian Peace Chief kennengelernt und fühlte mich sehr zu den Gedanken und der Energie von diesem Mann hingezogen. Ich wollte ihn einfach treffen und kennenlernen, wer er ist. Aha. Und dann bin ich auf eine Reise mit Chief Sonne Rainer gegangen. Sein Spirit-Name ist Whirlwind Eagle Wolf, also Wirbelsturm Adlerwolf. Er ist derjenige, der mir den Yakwishon schenkte, beziehungsweise mir die Erlaubnis gegeben hat, ihn zu singen, wenn ich arbeite. Also er hat es dir beigebracht, er hat es dir erlaubt. Warum braucht man eine Erlaubnis, das zu tun? Musst du es erst lernen oder warum geht es dabei? Gab es auf deinem Weg ein Erlebnis, bei dem du gesehen hast, dass da etwas Besonderes ist, etwas mit dir passiert ist oder während eines Rituals oder was auch immer, was du da sagst, das möchte ich machen oder wie? Naja, so in der Art, so in etwa. Wir haben zusammen angefangen zu arbeiten. Es ist eigentlich nicht wie ein Training oder eine Ausbildung wie bei einem Seminar oder einer Lehrstunde. Das ist nicht so offensichtlich wie, also jetzt bringe ich dir mal alles von A bis Z ordentlich bei, sondern es ist mehr so, dass man Zeit miteinander verbringt, wieder zusammen rumhängt und dabei sieht oder erfährt, was man alles dabei lernen kann. Lass uns mal ein Ritual machen, so in der Art, weißt du. Und dann fängt man einfach an, durch das Handeln zu lernen. Du lernst durch den Kontakt mit der Energie und indem du dir selbst erlaubst, offen zu sein. Es ist unglaublich, was man dabei alles lernt und was in uns alles in Resonanz geht, sich damit verbindet, in Korrespondenz geht. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Es hängt davon ab, was du anziehst, was dich anzieht, wovon du dich angezogen fühlst. Und das habe ich mit ihm erlebt. Und als ich nach Europa gegangen bin, habe ich ihn hierher eingeladen, erst nach Spanien und dann nach Deutschland. Wir haben einfach auf dem Land gemeinsam gearbeitet, haben eine Schwitzhütte gebaut und viele verschiedene andere Rituale und Zeremonien abgehalten. Was war seine Wahrnehmung von Europa, als er hierher kam? Hat er gesagt, oh, hier gibt es viel Arbeit zu tun oder ist überall auf der Welt eine Menge zu tun? Was ist der Heilungsaspekt dabei? Ja, überall auf diesem Planeten gibt es viel zu tun, klar. Und überall auf diesem Planeten, wo es Krieg gegeben hat oder Traumata, solche Dinge halt, da ist eben Heilung nötig. Um diese alten, steckengebliebenen Energien zu erlösen oder zu befreien. Also wir haben in Hannover so eine Arbeit gemacht einmal und da waren wir eine ziemlich große Gruppe und wollten eigentlich eine ganz andere Arbeit tun. Und dann waren wir in so einem alten Gebäude, ein altes Theater. Und dann sagte er zu mir, Mira, wir werden die Wiping away the tears ceremony machen. Und ich sagte, oh, wirklich schief, bist du sicher? Und er sagte, ja, wir müssen das tun. Ich fühle diese ganzen Geister oder Energien an diesem Ort. Und ich habe gesagt, okay, dann lass uns das machen. Und ich war nicht sicher, ob es klappen würde oder schief gehen mit all den Leuten, weil die solche tiefgreifenden Zeremonien wahrscheinlich gar nicht gewohnt waren. Das ist nämlich eine sehr alte Zeremonie, tausende von Jahren alt. Und im Prinzip reinigst du dabei deine Ahnenreihe, also mütterlicherseits den ganzen Weg zurück und dann väterlicherseits den ganzen Weg zurück. Es ist eine sehr tiefe Zeremonie der Reinigung der Ahnenreihen. Und ich dachte, naja, guck dir mal diese ganzen intellektuellen Leute hier an, die hier sitzen. Wow, naja, lass mal sehen. Es war einfach so unglaublich, was dann da passiert ist. Die Menschen haben sich einfach verbunden und an dem Tag wurden wirklich viele Geister befreit. Einige Geister, also vielleicht kann man es so sagen, Menschen, die ihr Leben verloren hatten, ohne es zu merken. In einer Schlacht oder was? Ja, es hat mal eine große Bombardierung in Hannover gegeben. Also im Zweiten Weltkrieg? Ja. Okay, es gibt also bestimmte Orte, an denen viele Geister rumhängen, weil sie den Schuss nicht gehört haben, sozusagen. Sie sind nicht ins Licht gegangen oder wie? Ja, genau, die Geister. Was leicht passieren kann, wenn die Geister der Menschen, also wenn die Menschen ihr Leben sehr plötzlich verlieren, ist das wie ein Schock. Und dann bleiben die Geister an die Erde gebunden und es bleibt stecken und es ist keine Bewegung mehr drin und manchmal wissen sie nicht einmal, dass sie tot sind. Also wie in diesem Film, so Sixth Sense? Ja, genau, so in dieser Art. Das ist ja erstaunlich. Sie wissen nicht, dass sie tot sind und benehmen sich, wie wir uns benehmen und wissen nicht, dass sie physisch eigentlich gar nicht mehr da sind. Genau. Wie kann das denn passieren? Ist das wirklich das gleiche Gefühl, wenn du tot bist und du hast... Sollte es einem nicht auffallen, dass man tot ist? Naja, was glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht tot. Ich habe diese Erfahrung so noch nicht gemacht. Aber so wie ich es empfinde, als Mensch, der mit Energien arbeitet, also es ist energetisch ein ganz schmaler Grad zwischen unserem Bewusstsein und einem Körper haben und unserem Bewusstsein und keinen Körper haben. Aha, okay. Weißt du, und wie ich sage, wenn wir also einen Schock in unserem physischen Körper erleben und dann weiter im Körper sind, weißt, was Tiere machen, wenn sie einen Schock haben und sich von dem heilen wollen, sie schütteln sich. Sie schütteln sich und schütteln sich und schütteln sich, bis das Trauma raus ist. Wir Menschen hingegen, wenn wir einen Schock haben, wir vergraben den einfach irgendwo in unserem Körper und speichern den. Ja, ja. Und ich hoffe, dass irgendwann mal ein Moment kommt, in dem wir das loslassen können. Oft entwickelt sich dann auf der Grundlage von solchen Traumata eine andere Erkrankung oder durch die unterdrückten Energien kommt es einfach zu Krankheiten. Wir reden nicht darüber, teilen es nicht mit anderen. Genau. Wir verstecken es irgendwo. Ja, irgendwo, entweder im Energiefeld oder irgendwo im physischen Körper. Okay, und was macht man jetzt an einem solchen Ort? Ich meine, der Ort ist das eine. Was ist der Ursprung oder ist da etwas an dem Ort, was eine gute oder schlechte Energie hat? Oder hat es mit den Geistern zu tun, die hier sozusagen festhängen? Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Manchmal ist sehr viel Energie da und der Raum kann das aushalten. Der Raum kann das da in sich behalten. Und dieser eine bestimmte Platz, an dem wir damals gearbeitet haben, der war einfach voll. Es war eine sehr alte Städte. Es war vorher auch mal ein Ort gewesen, an dem Frauen als Hexen verbrannt worden waren. Der hatte sozusagen bereits eine Anziehungskraft und dann wurde die Stadt Hannover eben extrem bombardiert. Also sehr viel Leiden über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Ja, über Jahrhunderte. Und man kann das fühlen, wenn man dort geht, wenn man feinfühlig ist oder diese Sinne einfach geübt hat. Das wäre die nächste Frage. Wie kann man das denn lernen? Das ist einfach Übung. Also jeder kann das lernen? Jeder, na klar. Wir alle können das. Es geht nur darum, wenn du diesen Muskel ausbilden möchtest, musst du ihn trainieren. Trainieren also. Was wäre dein Vorschlag, wenn jemand sagt, er möchte feinfühliger werden oder sowas? Was wäre ein guter Vorschlag, etwas, was man gut trainieren kann, um das zu werden? Trainier einfach die Sinne, die da sind. Als allererstes würde ich vorschlagen, mit Meditieren anzufangen. Einfach ganz ruhig im Inneren zu werden. Man trainiert ein bisschen die Atmung. Es muss gar nicht lang dauern. Manche hören Meditation und denken, oh nein, ich muss ein bis zwei Stunden am Tag meditieren. Das ist so lange. Ich habe so viel zu tun oder so. Aber so ist es gar nicht. Zehn Minuten am Tag, möglichst zur gleichen Uhrzeit. Einfach atmen und fühlen, dass die Energie in den Körper geht. Bei den meisten Menschen, die ich sehe, ist die halbe Energie außerhalb ihres Körpers. Sie sind nicht wirklich in ihrem eigenen Energiefeld. Und wenn sie dann die Energie ganz in ihrem Körper fühlen, sind sie erstaunt. Ah, das fühlt sich dann total gut an. Also ist unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich meistens zerstreut und abgelenkt. Da ist ein Monitor, da ist ein Fernseher, da ist ein PC, all dieses drumherum. Da sind Leute, da ist Lärm. Ja, unsere Aufmerksamkeit ist an so vielen Orten, hier und da. Und du weißt, was letzte Nacht passiert ist, als ich mich mit dieser einen Person unterhalten habe. Oder was 20 Jahre später passiert ist. Und das ist alles irgendwo da hinten drin. Nicht hier und jetzt, aber dann lässt du dich nieder und versuchst, du lenkst deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus auf das Einzige, was jetzt ist. Genau. Nur das einfach, was da ist. Und ein anderer Vorschlag ist, beim Einatmen einzudenken und beim Ausatmen auszudenken. Und das ist es dann schon. Ein, aus, ein, aus. Na, das läuft ja über den Verstand. Genau, genau. Und um unserem Verstand ein bisschen was zum Kauen zu geben, ist das so ein bisschen wie Kaugummi. Ja, so, dass er beschäftigt ist. Genau, einfach nur das. Damit anfangen und dann ist es gut, jemanden zu haben, der schon ein paar Dinge kann. Ich nenne das gerne unsere evolutionäre ältere Schwester oder den älteren Bruder, mit dem man einfach in einem Kreis sitzen kann oder irgendwie. Wenn wir niemanden kennen, mit dem wir das machen können, wenn jemand wirklich ganz allein da sitzt, einige unserer Zuschauer sind vielleicht alleine in einem großen Haus, kennen niemanden und schauen nur dieses Programm, was können die tun? Na ja, sie können schon mal anfangen, zehn Minuten zu meditieren. Oder sie können fragen. Denn, weißt du, es dreht sich alles auch um unsere Resonanz, unsere Anziehung. Wenn wir uns nicht auf das eine als etwas, was für uns bedeutend und wichtig ist, fokussieren, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass es zu uns kommen wird, auf Besuch. Aber wenn wir unseren Fokus darauf richten und es für uns wichtig sein lassen und unseren Schwerpunkt darauf richten, die Atemübungen machen, zehn Minuten jeden Tag, Wenn ich dann anfange, es in meinem Körper zu spüren, dann werde ich fragen, ich würde gerne andere Menschen treffen, die das auch gerne machen. Weißt du, wenn du dann in zwei Wochen im Supermarkt treffen wirst? Also du wirst jemanden finden. Du wirst jemanden finden, der das auch gerne macht. Das ist also unsere Resonanz. Und andere Menschen werden sich von dir angezogen fühlen, weil du es in einer bestimmten Art ausstrahlst. Manche werden es nicht bewusst wahrnehmen, aber jeder hat eine Resonanz auf dem gleichen Level der Gedanken, sozusagen. Genau. Und das passiert dann einfach. Wir alle haben schon von den schönen Erfahrungen mit Synchronicität gehört. Ich habe gerade an dich gedacht und schon treffe ich diesen Menschen. Das war unglaublich. Und wir sind daran eigentlich total gut. Ja, was für ein Zufall. Also du kannst daran arbeiten. Du kannst an Orten und Städten arbeiten. Du kannst, stell dir vor, du lebst in einem Haus und es fühlt sich dort nicht gut an. Du hast immer wieder das Gefühl, dass da eine schlechte Energie ist. Also arbeitest du an der Heilung dort. Kannst du zu unseren Zuschauern etwas sagen, wie sie diese Eindrücke, wenn sie diese Eindrücke haben? Was können sie damit machen? Also, naja, als erstes können sie mit bewussteren Übungen beginnen. Es fängt immer bei uns selbst an. Es beginnt immer hier. Ich benutze gerne weißen Salbei. Ich räuchere die Räume gerne mit Salbei aus. Und wenn wir irgendwo für eine bestimmte Zeit leben, dann erleben wir dort auch unsere Dramen, oder? Vielleicht haben wir ein paar Diskussionen oder ein bisschen Streit, wie die Deutschen sagen. Und das bleibt dann auch in dem Raum hängen. Also, wenn du in einer energetisch aufgeladenen Umgebung lebst, in einer Umgebung mit Resonanz, dann wirst du das auch mehr anziehen. Also, wenn du zum Beispiel räucherst, mit der Absicht, mehr durchzukommen. Und die Absicht ist dabei viel wichtiger als das, was du benutzt. Ich meine, wir können hier ein bisschen Salbei verräuchern. Es riecht wunderbar. Und es wird seit Jahrtausenden einfach dafür benutzt. Ja, mehr von den amerikanischen Indianern. Ja, von den ursprünglichen Indianern. In Deutschland, ich weiß nicht, haben wir das, wechselst es in Deutschland? Ja, es ist schwierig, das in Deutschland anzupflanzen. Es ist zu feucht kalt hier. Aber wir haben vorhin... Ja, wir haben Beifuß, ne? Genau. Ja, das kann man benutzen. Es ist sehr gut. Oder man benutzt Räucherwerk. Und die Absicht dahinter ist, okay, klar, ich reinige jetzt diesen Raum. Wir gehen in alle vier Ecken des Raumes und bringen die Energie in das Zentrum des Raumes. Du hast hier eine Feder, ist sie... Die ist da, um dich abzukühlen und um mich abzukühlen. Es ist also eine Feder von einem Truthahn und es ist eine Feder der tiefen Dankbarkeit. Sie ist dafür da, um Danke zu sagen. Aber du kannst, was auch immer, was für ein Material du auch nimmst, kannst alles benutzen, um in die Ecken zu gehen, alle Ecken und die Energie von dort in die Mitte des Raumes zu bringen. Aber es kann schon passieren, dass du eine Feder oder Ähnliches zufällig findest. Klar, selbstverständlich. Und dann bist du in der Arbeit oder in dem Prozess. Also erzähl mir mehr darüber, was du dann tust, woher du kommst. Gibst du Seminare oder hilfst du Menschen? Kommen die Menschen zu dir und erzählen dir, dass sie ein Problem haben oder wie? Ich habe meine eigene Methode. Also die schamanische Quantenheilung, das ist in Hamburg. Und von dort aus haben sich viele andere Arbeiten entwickelt. Eine der hauptsächlichen Arbeiten ist mit ihm. Aber ich arbeite mit Männern und Frauen. Das nennt sich Sacred Female Rising. Diese Arbeit, es könnte eigentlich eher Bewegung genannt werden, dient der Wiederherstellung einer Balance zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Ein Gleichgewicht in unseren Werten, in unseren Glaubenssystemen, in unseren Energiefeldern, auch in verschiedenen Anteilen der Gesellschaft. Also wir wissen, man braucht die männliche und die weibliche Energie, um ein anderes Sein zu erschaffen. Und also brauchen wir beide Perspektiven aus beiden energetischen Welten, um eine Balance zu schaffen, um mehr Gleichgewicht in diese Welt zu bringen. Ja, aber über Jahre oder Jahrhunderte wurde die männliche und die weibliche Energie, sagen wir mal, korrumpiert. Da sind viele Dinge passiert und ich bin mir nicht sicher, ob das, was wir heute männlich oder weiblich nennen, tatsächlich das ist, was es eigentlich ist. Kannst du etwas genau beschreiben, was die eigentliche, ursprüngliche Energie vom Weiblichen und des Männlichen ist? Ach, das ist eine gute Frage und das ist immer die grundlegende Frage. Was wir Frauen in diesen Workshops machen, ist, dass wir gemeinsam für uns selbst herausfinden, was ist für mich die weibliche und was ist für mich die männliche Energie. Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Denn wir schreiben männlich und weiblich unterschiedliche Eigenschaften zu und die decken sich vielleicht mit den energetischen Formen, vielleicht aber auch nicht. Also ich sehe, wenn du mich persönlich fragst, ich sehe die weibliche Energie als Yin-Energie. Klassisch. Das ist halt die Energie, die hält, die Energie, welche die Möglichkeit hat, alle Dinge, alles zu halten, wie Mutter Erde. Und die Yang-Energie ist die, die sich bewegt, die eine Richtung zeigt, die so aussieht. Pfeil und Bogen sozusagen, Fokus und Richtung. Also die männliche Energie kann kurzsichtig sein, weil sie das nicht wahrnimmt, richtig? Und die weibliche Energie, die sitzt halt so da. Und beide zusammen ergänzen sich wunderbar und tun sich gut. Und wenn du einen Raum voller Männer hast, welche die meisten Entscheidungen für die Gesellschaft treffen, dann gibt es eine ganze Menge und Menge, die so aussehen. Du hast nicht genug von der haltenden Energie. Und ich empfinde das gerade in unserer Zeit als äußerst wichtig. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist und beide Energien wichtig sind. Eine ist nicht besser als die andere. Genau. Und in unserer Gesellschaft scheint es so, als würde im Feminismus heute versucht werden, dass die Frauen wie bessere Männer sind oder so erfolgreich wie Männer zu sein. Aber darum geht es doch gar nicht. Nein, darum geht es nicht. Überhaupt nicht. Es geht nicht mehr darum, sich zu messen. Und in gewisser Weise sind wir mit dieser Art von Wettstreit fertig. Wir haben das im Grunde gerade abgeschlossen oder ausgeschlossen eigentlich. Weißt du, es funktioniert nicht auf unserem Planeten. Es funktioniert nicht für die Quelle, aus der wir schöpfen und die uns die Früchte bringt. Wir sehen ja, was mit der Landwirtschaft passiert und die Zerstörung. Es geht nicht mehr um Konkurrieren oder Vergleichen. Ja, das ist die männliche Energie. Die versucht, so viel wie möglich aus dem Boden, aus der Erde herauszuholen und dabei nicht darüber nachdenkt, was das für Auswirkungen hat für die Erde und das Aufrechterhalten des Lebens. Und wir sehen alle, wohin das führt. Ich meine, genetisch veränderte Nahrungsmittel und so weiter. Ach, das ist ein schwieriges Thema für mich. Ich fühle mich ein bisschen wie, oh, damit. Ich meine, ich habe hauptsächlich in Kalifornien gelebt, habe dort viele Jahre verbracht und was dort mit der GMO-Nahrung passiert ist, das ist einfach quälend bedrückend. Manchmal, wenn ich meine Familie dort besuche und in den Supermarkt gehe, ich gehe nur noch ganz selten hin, weil man einfach nicht weiß, was man kauft. Es gibt überhaupt keine Kennzeichnung auf den Nahrungsmitteln. Und dann denke ich, das kann doch nicht der Weg sein, oder? Ja, in Europa scheint es ja ein bisschen besser zu sein, weil wir nicht alles, was von Monsanto kommt, so sofort annehmen. Aber sie versuchen es natürlich jetzt auch mit dem Freihandelsabkommen und so weiter, dass sie doch alles in Europa verkaufen können. Wie fühlst du dich damit in Europa? Fühlst du dich da besser? Was denkst du, was können wir machen, um das zu verändern? Ich meine, das ist die männliche Energie, von der wir gesprochen haben. Und wir können nicht zu ihnen gehen und einfach sagen, hört auf, eure Sachen hier zu verkaufen. Wie kann sich das auf diesem Planeten verändern? Wie kann es sich auf diesem Planeten verändern? Ja, das ist genau das, was wir uns immer und immer wieder fragen. Ich fühle mich besser diesbezüglich in Europa, sofern es um Rechte bezüglich der Nahrung geht. Besonders die Deutschen haben ja die Bewegung für Bio-Lebensmittel angeführt, das gesunde Essen. Und wenn ich außerhalb Deutschlands bin, dann sprechen sehr viele darüber, was die Deutschen machen und wie gut sie das gemacht haben und dass sie aktiv bleiben sollen und sich darüber bewusst sein sollen, was noch kommt und miteinander darüber reden und bestimmte Aktionen und Bewegungen vorantreiben, die dieses Bewusstsein noch erweitern und verbreiten. Dieses Land muss nicht von genmanipuliertem Essen überrannt werden. Absolut nicht. Okay, das sind harte Worte und deutliche Worte, aber wichtig, denke ich. Ich hoffe, dass es irgendwo hinführt. Lass mich nochmals auf das Männliche und das Weibliche zurückkommen. Es ist nicht so, dass ich einfach männlich bin und du einfach weiblich bin. In meinem Verständnis haben wir beide Energien in uns und wir gleichen das auf eine gewisse Art aus. Wie machen wir das oder was machst du mit den Menschen, die zu dir kommen oder in deinen Gruppen, um in das Gleichgewicht zu bringen, das Männliche und das Weibliche? Also als erstes werden wir uns bewusst, wie in den Sacred Female Rising Workshops, über unser eigenes individuelles Energiefeld, wie es sich bewusst anfühlt. Okay, wie fühlt sich das Weibliche für dich an? Fühlst du es als weibliche Energie? Wie fühlt sich die Männliche? Also wenn du dich im Männlichen fühlst, in deiner Männlichkeit, wie sieht das aus? Darum kümmern wir uns. Wir bleiben erstmal wirklich bei dem Individuellen, bevor wir allgemeine Perspektiven auf das Männliche und das Weibliche einnehmen. Wir bleiben beim Individuellen, weil sich für den einen das Männliche möglicherweise ganz anders anfühlt als für den anderen. Wir machen eine interessante Übung, um das hervorzuheben und rauszubringen. Das ist die Yin-Yang-Übung. Die Frauen stellen sich hin und stehen einander gegenüber. Eine geht in die Yin-Energie und hat die Aufgabe, einfach da drin zu bleiben, zu sein, auf ihren Füßen zu stehen. Und die andere geht in die Yang-Energie und wird direkt hier aus dem Bauch kommen und sie drückt dann diese Bewegung richtig aus. Und sie werden beide in der Yin-Yang-Bewegung sein und erleben dann, was dadurch passiert. Und dann tauschen sie die Rollen und die andere nimmt das Yang und die eine das Yin. Und das ist wichtig, denn das ist wichtig, dass man da ganz aufmerksam ist, wie sich diese Kraft in meinem Körper anfühlt, wenn ich das so erlebe. Wo in meinem Körper sitzt das? Ist es mehr in meinem Chakrenkörper? Ist es in meinem Wurzelschakra oder eher hier oben? Und das kommt bei den Frauen richtig im Inneren an. Und ganz interessant ist, wenn beide Frauen für einige Minuten zur gleichen Zeit in der Yin-Energie sind und so, okay, es ist ganz schön und nett, aber ich bin ziemlich anweilig. Und wenn dann beide in der Yang-Energie sind, wow, die Energie fängt an, sich zu steigern und sie gehen hoch. Aber das funktioniert nicht wirklich. Die Energie wird größer und stärker und stärker und die Frauen lachen oder manche Frauen müssen aufhören, weil es zu viel für sie ist. Und dann machen wir diese Übung nochmal. Wir machen das Yin und Yang nochmals mit beiden Paaren. Und das ist, dann kommt dabei raus, es kristallisiert sich einfach klarer heraus. Also es geht darum, das bewusst werden zu lassen, was ist und versuchen, wo ist mein Anteil, was ist meine Energie. Kann ich sie von Situation zu Situation verändern? Auf jeden Fall. Oder sollte ich immer in der Mitte bleiben, in der Balance sozusagen? Aber mir da jetzt darüber bewusst zu sein, bringt mich vielleicht so sehr auf die eine Seite. Es kann helfen, wenn ich diese Situation in meinem Leben habe und ich erkenne, dass ich genau auf die Art mit ihr umgehe. Also mit sehr viel starker männlicher Energie, sozusagen männlicher Macht. Dann verhalte ich mich wie was Yang. Ich werde richtig so. Aber vielleicht möchte ich die Situation gar nicht immer auf diese Art handhaben, weil mir über die Zeit hinweg und auf der Zeit klar geworden ist, dass mich das in Schwierigkeiten bringt. Ich habe mehr Streitereien mit dieser Art, genau in diesen speziellen Situationen. Heute, wo ich mehr Bewusstsein darüber habe, dass ich es vielleicht einfach machen kann, einfach anders, wenn die Situationen für mich eintreten und ich sehe, was passiert, einfach als ein Spiel. Das sind nur ganz kleine Dinge, aber es ist faszinierend, wie einfach und effektiv sie wirken. Kann es auch andersherum sein, dass man mal zu entspannt ist und alles um sich herum geschehen lässt und es wäre eigentlich besser, dass man doch für sich einsteht und für sich steht und die andere Energie nehmen und sagen, Stopp, das ist genug. Naja, einfach so. Wir können uns mit bestimmten Situationen in unserem Leben beschäftigen, bei denen wir dazu tendieren, sozusagen in Schwierigkeiten zu geraten oder eine Lehre oder eine Erfahrung zu machen und wir können das in diesem Moment aktivieren, wenn wir es einmal erlebt haben. Ja, wir sind sehr schnell. Ich meine, wir sind faszinierende Wesen, wir sind Menschen, wir sind unglaublich. Unglaublich. Ja, bevor wir hierher kamen, hast du ein Ritual mit mir gemacht, sozusagen. Eine Session. Ja, eine Session. Wo du, wir haben ein bisschen gesprochen, um herauszufinden, was ist mein Problem oder gibt es da ein Problem und wie ich mich fühle und du bist die Chakren durchgegangen und so weiter. Kannst du ein bisschen erklären, was genau da du gemacht hast und was ist da passiert? Ja, sicher, sehr gerne. Also es ist eine schamanische Quantensession. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir nennen das Heilung, aber ich würde es gerne eher als Bewusstseinscontainer bezeichnen. Also ein Mensch, der in diesem Moment das Bewusstsein halten kann, wie ein Container. Aber wir benutzen, weil es kein besseres Wort gibt, dafür das Wort Heiler. Und du sagtest, es würde eine lange Erklärung. Ja, alle diese Worte und Leute, was soll das nun bedeuten? Im Grunde beginnt die Session mit ein paar Fragen. Warum bist du hier? Was ist in deinem Leben so los? Und wenn diese Fragen ausreichend beantwortet sind, folgen einige Fragen auf der anderen Ebene. Was ist vorher geschehen? Wohin bewegst du dich gerade? Und wovon bewegst du dich weg? Bestimmte Schlüsselfragen, sodass ich den Körper, die Atmung und die Reaktionen beobachten kann. Und wenn ich so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang, wenn diese Zeit vergangen ist, dann lese ich die Chakren. Dann gehe ich meistens über mein drittes Auge in dein Energiefeld. Also ich insgesamt, meine gesamte Bewusstheit. Und dann schaue ich und schaue, was geschieht dort. Läuft das Chakra? Ist es stark? Ist es eher langsam? Ist dort zu viel? Zu viele alte Bilder? Oder wie ich es manchmal nennen würde, zu viel Chakra-Schlamm? So nennen wir das in diesem Business. Arbeite an deinem Chakra-Schlamm. Bitte schön. Nachdem ich mir das angeschaut habe, erzähle ich es dir einfach. Ich beschreibe, was ich gesehen habe und wir unterhalten uns über alle Chakren, über jedes einzelne Chakra und dann weben wir einige Teile vom Beginn der Session ein. Und dann machen wir einen Punkt ganz klar aus. Ich nenne das gerne einen Faden, weil wir alle diese faszinierenden, komplexen, Decken sind. Also wie solche Decken, ganz miteinander verwoben. Und ich sage, okay, dieser Faden hier bringt dir nicht wirklich viel. Er tut dir nicht gut. Na ja, woher kommt er? Ja, lass uns versuchen, diesen Faden zu lokalisieren. Oder vielleicht auch zwei. Ja, zwei Schäden. Nicht zu viele auf einmal. Wir beginnen erstmal einfach nur daran zu ziehen und diese Art des Ziehens ist im ersten Schritt, dass wir uns darüber bewusst werden, dass es überhaupt da ist und die Art des Bewusstwerdens ist, es zu fühlen. Das ist oftmals ganz subtil. Es ist so ganz normal in unserem System geworden, dass wir es nicht als Einzelnen wahrnehmen. Aber wenn wir bestimmte Übungen machen und wenn dann der Klient bei der Energiesession auf der Massagebank liegt, dann können wir anfangen, es hervorzuheben, es zu beleuchten und ein bisschen dran zu ziehen. Damit wir sehen, was dann passiert. Damit wir sehen, was dann passiert. Und wohin es führt. Genau, wie der Körper darauf reagiert. Okay, wie ich vorher schon gesagt habe, man muss sehr, ja, scheinbar sensitiv dafür sein. Aber jeder kann das lernen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, diese Energie zu fühlen, aber vielleicht auf eine andere Art. Einer sieht vielleicht Farben, ein anderer spürt irgendwie was. Ja, oder fühlt es oder weiß es. Also diese Art Wissen, das wir erleben. Also kann es sein, dass es viele verschiedene Formen hat, wie es sich bei einem zeigt, wie es zu einem kommt. Aber jeder kann lernen, sensibler damit, das sensibler wahrzunehmen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und jetzt gerade ist auf dem Planeten eine gute Zeit dafür, weil wir ja schneller sind. Okay, das ist ein anderes Thema, über das wir sprechen können. Wir sind ja in einer sehr speziellen Zeit. Viele Dinge passieren und vielleicht werden wir in 10 oder 20 Jahren über diese Dinge gar nicht mehr viel wissen oder wären nicht offen dafür. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also du siehst auch eine Veränderung. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe sie und ich fühle sie. Und wohin führt uns das? Ich meine, machst du dir Sorgen um die Zukunft oder denkst du, dass es spannend ist, wie viele Dinge jetzt hochkommen und zur Veränderung bereit sind? Nein, ich mache mir nicht wirklich viele Sorgen um die Zukunft. Manchmal, wenn ich bestimmte Dinge lese oder erfahre, denke ich, oh mein Gott, wie kann das sein? Aber dann öffne ich mein Energiefeld und bin einfach mit dem, was ist. Und ich denke, es ist eine unglaubliche Zeit, um hier auf diesem Planeten zu sein. Und wir erweitern uns, wir wachsen. Ich meine, wenn ich mir nur mein kurzes Leben bis hierher anschaue, 45 Jahre bin ich gerade geworden und ich denke, mein Gott, schau dir das an. Die letzten 20 Jahre, schau dir die Themen der Unterhaltung an, die du jetzt führst und das hättest du vor 15 Jahren überhaupt nicht haben können. Ich habe mit 19, 20 Jahren meine Lehre zum energetischen Heilen begonnen bei einer Frau außerhalb von San Francisco und dann ein bisschen später mit dem Chief. Ich habe also ziemlich jung angefangen und ich habe mit dieser Frau fünf Jahre gearbeitet und ich habe das Gefühl, heutzutage würde das, was ich mit ihr gemacht habe, in den fünf Jahren ein halbes oder vielleicht ein ganzes Jahr dauern, weil wir uns einfach energetisch viel, viel schneller bewegen hatten. Ja, das ist spannend und wir erleben wirklich aufregende Zeiten. Du meintest, man sollte sich nicht sehr, sehr über die Dinge sorgen, weil alles, was ist, ja, es ist so, wie es ist. Also wir müssen die Wahrheit einfach von dem, was ist, einfach annehmen und es ist eben jetzt so und ob es uns nun gefällt oder nicht, jetzt und hier ist es so. Das Sein lügt nicht. Genau. Also du verurteilst nicht, sondern wirst dir bewusst, was ist. Wenn du etwas verändern möchtest, dann etwas, was in dir selber ist. Ja, und dann kommen wir manchmal damit raus. Ich meine, wir sind Menschen, wir leben jetzt in dieser Welt, wir leben in der Dualität. Es geht nicht darum, spirituelle Fähigkeiten zu bekommen, nur zu sagen, okay, ich fühle nichts mehr, ich lasse alles energetisch an mir vorbeifließen, was hier passiert. Nein, wir brauchen unsere Emotionen, unsere Leidenschaft auch. Man muss sich auch mal bewusst sein, es gibt eine Menge Dinge in der äußeren Welt, die nicht wirklich etwas mit meinem Leben zu tun haben. Man guckt sich irgendwas im Fernsehen an und du siehst, ah, da ist Krieg und Mord und Totschlag und wenn du es dann zu deinem eigenen Problem machst, dann denkst du dann, wie soll ich damit umgehen? Ja, genau, das überwältigt einen total. Manchmal ist es ganz gut, einfach zu sehen, okay, das ist in der Welt passiert, aber ich kann nur verändern, was um mich herum und in mir selber ist. Genau, wir müssen bei uns selbst anfangen. Ich meine, wenn das da draußen dich schon so beeinflusst, was in anderen Ländern passiert, dann ist es vielleicht ein Thema für dich und dem sollte man dann auch folgen, denn vielleicht warten da Menschen auf uns, denen wir begegnen sollen oder so, vielleicht gibt es ein Treffen, vielleicht ist diese Erfahrung gut für dich, um deine Energie darauf zu richten, aber normalerweise müssen wir einfach aufpassen, dass solche Informationen nicht zu einer schwarzen Wolke über unserem Kopf wird und uns Kopfzerbrechen machen. Aber es mag etwas wie Resonanz zu etwas geben, vielleicht aus vergangenen Leben. In deiner Ahnenreihe hatten vielleicht einige mit diesem Thema zu tun. Du kannst dir das anschauen, aber du musst es nicht für dich dramatisieren. Genau, mach das nicht. Wie kommen die beiden zusammen? Ich meine, Quanten, die Indianer haben sicherlich nicht über Quantenphysik gesprochen, oder? Nee, das haben sie nicht, aber sie haben all diese Sachen gemacht, mit Sicherheit. Also es ist nur ein Name, ein moderner Name für die gleiche Sache? Im Prinzip ja. Du weißt, ich rede gerne über Pforten, über Zugänge, wenn ich Sitzungen halte, oder auch in meinen Gruppen. Und ich würde gerne später noch mehr über die Gruppen sagen. Wir haben alle unterschiedliche Zugänge und das ist wunderbar. Wir haben alle verschiedene Wege in unsere symbolische Welt, in unsere spirituelle Welt, in die Welt, die uns Energie gibt, die uns nährt. Manche machen Yoga, andere beschäftigen sich mit Buddhismus, manche machen Kopfstand und essen Tofu. Ich weiß nicht, was du noch alles kennst. Und es ist alles in Ordnung, wenn es deins ist, dein individueller Weg, diesen Teil von dir auszudrücken. Und den haben wir alle, richtig? Und für mich sind diese Quantenreiche, bedeutet einfach, also du und ich, wir können zahlreiche unglaubliche Werkzeuge von dort bekommen und es ist ganz einfach. Ich finde, dieses ganze Quantenwissen ist einfach aufregend. Ja, absolut. Es ist wirklich cool. Ja, und viele Sachen kommen heutzutage in der Wissenschaft auf, die damals sehr esoterisch waren und jetzt sind wir eben Wissenschaftler. Ja, und jetzt werden sie alle bewiesen. Genau. Du hast von den Gruppen erzählt, die du machst. Was passiert da? Ich meine, hat das auch eine Auswirkung, ich meine, nicht nur auf die Gruppe, sondern auf das große Ganze? Absolut. Gut, energetisch. Denn das ist eine ganz eigene Welt, die Energie bewegt sich ja. Und eine Arbeit, die ich jetzt zweimal, also die ich jetzt im zweiten Jahr mache, mit einer Partnerin zusammen, die heißt Medi Becker. Ich glaube, sie ist später noch zu sehen. Und die Arbeit heißt Lighting the Way. Das ist eine ganz besondere Arbeit, eine sehr reiche und sehr tiefe Arbeit. Es wird in einem Kreis gearbeitet, den ich leite, und es geht grundsätzlich darum, Traumata aufzulösen. Viele Traumata, mit denen die Frauen da hinkommen, sind bestimmte Formen des Missbrauchs. Sexuell, psychisch, physisch, emotional. Ja, und da gibt es ja viel mehr, als wir uns so bewusst sind. Ich meine, Vergewaltigung, das ist ja fast normal in Familien, höre ich. Ist es nicht jetzt jede Hundertste betroffen, sondern jeder Dritte oder so? Ja, es hat gerade einen neuen Artikel von BBC gegeben, den habe ich auch hier eingebracht. Und da wird gesagt, dass es mehr als jede dritte Frau betrifft. Und es gibt doch eine neue Studie der WHO und von einer Organisation in Südafrika und London. Und die Prozentzahlen, die Sie nennen, Sie bezeichnen das als epidemisch. Ja, das passiert überall. Die Zahlen sind einfach zu hoch. Und nicht nur die Mädchen, auch die Jungen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es betrifft Kinder im Allgemeinen. Also es passiert in Familien und man spricht nicht darüber, weil jeder oder die meisten von Ihnen ein Teil davon sind. Also redet man nicht darüber. Ein sehr sensibles Thema, denke ich. Ja, es ist ein sehr sensibles Thema. Und in Deutschland und in anderen westlichen Ländern liegt der Anteil bei 23,5 Prozent. Das ist ganz schön hoch. Und von dem, was ich gesehen habe, was die Medien und ich in den Gruppen gesehen haben, dauert es für die Frauen eine Weile, bis sie dahinter kommen. Denn es sei denn, der Missbrauch ist sehr extrem, sodass andere es sehen. Und das wollen wir nicht hoffen. Denn wenn er so extrem ist, wenn er nicht so extrem ist, dass andere ihn sehen, dann fängt die Frau an, mit dem Thema zu arbeiten, Mitte 30, Anfang 40 oder so. Dann fühlen sich die Frauen geerdet genug oder fit genug, um mit dem Thema überhaupt umzugehen. Also du würdest jetzt nicht dazu raten, wenn jemand ziemlich jung ist, mit dem Thema zu arbeiten? Also wenn es hochkommt, wenn sie das Thema bei sich sehen und davon angezogen sind, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Dann sind sie möglicherweise genau an dem Punkt. Okay, aber meistens braucht es eine Weile, bis du mehr ankommst. Und dann, ja, die meisten sind sich über den Missbrauch, der passiert ist, ja nicht bewusst. Man verschließt sich und dein Bewusstsein versteckt ist, damit du damit nicht umgehen musst. Ja, so ist es in der Studie. Ich wusste das schon, aber wir sehen ja, was mit der menschlichen Psyche passiert, was mit der individuellen Gesundheit passiert, mit der körperlichen Gesundheit der Einzelnen. Viele der Frauen, die diese Art Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben, haben sehr viele Schwierigkeiten mit ihrer körperlichen Gesundheit und mit ihrer psychischen Stabilität. Wir gehen damit auf diesem Weg um, auf dem organischen Weg, nicht mit Medikamenten, nicht mit zu vielen Worten. Wir schaffen einfach einen sehr sicheren, geborgenen Kreis. Wir haben eine kleine Gruppe von Frauen und das ist wichtig, weil jede Frau braucht individuelle Aufmerksamkeit. Ich mache die Energiearbeit und dann an einem bestimmten Punkt, wenn es dann Zeit ist in dem Kreis und nachdem wir schon angefangen haben, erweitern wir den Kreis und es kommt eine Massageliege in den Kreis und Medi fängt an, sehr tiefe, emotionale Körperarbeit zu machen. So sind die Frauen nicht von den anderen Frauen getrennt und das ist wirklich unglaublich, was dann passiert. Das ist eine sehr katharische, erlösende, befreiende Situation. Das ist sehr wichtig, weil du nicht sicher warst, als es passiert ist. Ja, da sind die Frauen immer unsicher, denn es gab ja keine Zeugen. Und du bist möglicherweise in Selbstzweifeln, weil du nicht sicher bist, ist es wirklich passiert oder ist es nur eine... Meine Einbildung oder so. Ja. Und der Körper lügt nie. Ich meine, wenn man mit jemandem arbeitet oder wenn wir jemanden im Arm halten und wir reden dabei und beobachten das Zwerchfeld und die Atmung der Person, dann kann man alles sehen. Ich möchte noch eine andere Frage stellen und zwar bist du ursprünglich aus Kalifornien und dann warst du in England und nun bist du in Deutschland. Ist das so gekommen, weil dein, sag ich mal, dein Schicksal dich hierher geführt hat oder wie fühlst du dich denn in Deutschland? Fühlst du, dass es für dich wichtig ist, hier in Deutschland zu sein, dass hier wichtige Dinge passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nur gute Fragen. Das hast du. Also, so weit, so gut. Ich bin in England geboren und dann, wie ich ja erzählt habe, mit zwölfeinhalb, nach vielen Umzügen, in die USA gekommen. Und ich bin, dann irgendwann war ich in Spanien und habe mich in einen schönen deutschen Mann verliebt. Dort in Spanien. Das ist eine richtige Liebesgeschichte. Ja, so was passiert. Das passiert. Du kennst ja die Deutschen. Du findest sie überall auf dem ganzen Planeten. Das ist unglaublich. Ja, ihr kommt rum. Das ist wunderbar. Und besonders in Spanien. Besonders in Spanien. Ja, ziemlich nah an eurem Zuhause. Und naja, wir haben dann angefangen, zusammen zu leben. Es war ein Gefühl, wie nach Hause zu kommen. An einem bestimmten Punkt haben wir beschlossen, für einige Jahre in Spanien zu leben. Und dann haben wir überlegt, ob wir nach Kalifornien gehen oder nach Deutschland. Das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Oh, la, la. Und wir haben uns dann in dem Moment für Deutschland entschieden. Und das hat sich gut angefühlt. Das fühlte sich gut an. Und du hast vorhin sowas gesagt. Es gibt da etwas für mich wie karmisch. Darüber hinaus die Beziehung und die Liebesgeschichte und die zwei Kinder. Da ist etwas Karmisches für mich noch jenseits. Also Jahre vorher, als ich Goddess Groups in Los Angeles geleitet habe, als ich dort als Schauspielerin gearbeitet habe, hatte ich Visionen davon, nach Europa zu kommen und hier an der Reinigung der Orte zu arbeiten, an denen Frauen als Hexen verbrannt worden waren. Und das hat dann sozusagen in das Clear and Sight Project geführt. Und das ist ein Projekt, was mit dem Sacred Female Rising verknüpft ist, bei dem wir dann ja nach außen gehen und das machen mit Gruppen von Leuten. Und nachdem ich schon ein paar Jahre hier in Deutschland gelebt hatte, habe ich dann herausgefunden, dass der Vater meiner Mutter in der Royal Air Force war. Er war in seinem Job sehr gut. Er war Pilot. Er hatte umfangreiche Flüge über ganz Deutschland im Krieg. In Berlin und Dresden gehörten dazu und noch eine andere Stadt, ich weiß den Namen nicht mehr und auch Nordafrika. Also damit weiß ich, dass mein Großvater hierher gekommen ist und Bomben abgeworfen hat auf dieses Land. Und ich hatte die Vision, hierher zu kommen und diese Orte zu reinigen. Also dachte ich, wow, schau dir das an. Das ist in gewisser Weise auch ein karmischer Grund. Ja, es könnte auch sein, ich meine, du hast ja einen indianischen Hintergrund und wir sind ja alle inkarnierte Seelen hier und vielleicht sind, gibt es nicht nur in Amerika Schamanen, sondern auch hier. Ich meine, es gibt die Druiden und die Kelten. Gut, ja, ich habe ja auch keltische Ahnen durch meine englische Seite und ich bin sehr verbunden mit England und den Druiden. Wir wissen ja relativ wenig über den Hintergrund, aber es ist wahrscheinlich sehr viel interessanter, sich damit mehr zu beschäftigen, weil es sehr viel Wissen gibt, das da sein sollte. Auf jeden Fall und ich rede darüber in meinem Consciousness Matrix Matrix-Vortrag und da schlage ich auf eine Brücke zwischen Schamanismus und Quanten. Das ist ein Vortrag und am Ende gibt es eine kleine Zeremonie, denn so wie ich das sehe und hier in Deutschland, mein Hiersein in Deutschland erlebe, auch wenn ich dann zurück nach England gehe und meine Familie besuche und dort arbeite, es ist wie eine Wiederauferstehung verschiedener Arten der Vergangenheit für Deutsche und andere Europäer. Es ist, als würde die Information, die eigentlich in unseren Zellen ist, dass ein Teil von uns wieder durchkommen wollen. Es gibt einen Grund, warum die Deutschen so verbunden sind mit den Lehren der Indianers. Es waren viele, viele Indianer schon hier und kommen immer noch mehr her, um ihre Lehren zu verbreiten, weil hier eine große Resonanz damit ist. Es ist einfach so. Ja, wir spüren eine ganz starke Verbindung. Ja, es ist eine ganz starke Verbindung und ich war an verschiedenen Orten im Harz und in anderen Gegenden in Deutschland, wo früher eben auch die Kelten waren oder noch ältere Ahnen, die mit der Erde verbunden waren, wie Medizinmenschen und Schamanen. Wir wissen ja wenig über diese Zeit, weil jemand die Geschichtsbücher schreibt und uns wahrscheinlich nicht wissen lassen will, was unsere Stärken sind oder was für Qualitäten wir als Volk haben. Also müssen wir das ja rausfinden. Und du machst eine Menge Arbeit und wie ist das für dich in Deutschland? Sind viele Menschen an dieser Arbeit interessiert? Okay, also du hast ja hauptsächlich Frauengruppen. Ich fühle mich da ein bisschen ausgeschlossen. Aber es ist ja eine spezielle Heilungsarbeit, der weibliche Teil. Das empfinde ich so. Ich fühle das als eine besondere Arbeit und die ist hier und jetzt auf diesem Planeten einfach nötig. Aber ich mache auch Arbeiten mit Männern und wie gesagt, beim Consciousness Matrix Vortrag, das ist ein Abend und manchmal kommen dann Männer, die auf mich zu und fragen, hey Mira, wie sieht es denn aus mit einem Sacred Male? Rising. Ja, wir brauchen das auch. Und dann sage ich, ja großartig, macht das Männer, legt los. Ja, wir kommen. Also, wir werden allmählich dafür bereit. Das ist absolut notwendig und wichtig. Männer, weißt du, haben ihre eigenen Kollektive. Wenn wir fünf, sechs, sieben, achttausend Jahre zurückgehen, soweit wir wissen, hatten Männer damals ihre eigene Spiritualität und die war praktisch vom Weiblichen getrennt. Die Frauen hatten ihre Gruppe, Kollektive, wo sie im Prinzip dankten, sie dankten der Erde und der Natur und Männer hatten die Jäger-Kollektive und die hatten ihre eigenen Zeremonien und die entschuldigten sich im Prinzip für das Blutvergießen, bevor sie zur Jagd aufbrachen. Also die Männer hatten ihre eigenen Kreise und ich empfinde das als eine wirklich gute und gesunde Sache. Es ist eine, es ist sehr unterstützend für Männer, wenn sie zusammenkommen zu ihren Kreisen. Ja, das ist ja spannend und sehr interessant. Hast du eine Homepage, wo wir mehr über dich und das herausfinden können? Ja, das ist www.sacredfemalerising.com Okay, ich hoffe, dass sich viele hier ein Bild machen konnten über das, was du tust und wie wichtig es ist und wie sehr es jeden Einzelnen von uns betrifft und beeinflusst. Es gibt vieles, was wir nicht wissen, was in einer Session herauskommen kann. Du machst auch Einzelsitzungen mit Personen, die zu dir kommen. Also wenn jemand zu dir kommt und nach einer Session fragt, was machst du denn da? Ich mache das. Der Ort, an dem ich arbeite, ist Hamburg und alle Informationen darüber sind auf der Webseite zu finden. Die Webseite ist auf Englisch und auf Deutsch. Wie funktioniert das mit der Sprache in den Gruppen? Verstehen alle Frauen dann Englisch? Es gibt eine Übersetzung. Okay. Es gibt immer eine Übersetzung in den Gruppen und manchmal ist es auch für alle in Ordnung, dass Englisch gesprochen wird und in den Sessions, also ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich wäre sehr glücklich davon, was zu hören. Wirklich, yes? Ja. Okay. Ich kann sprechen ein bisschen Deutsch, aber nicht so gut. Aber das ist auch okay. Ich kann verstehen mehr. Okay. Also wir haben ja das ganze Interview über Englisch gemacht und jetzt sagst du, dass du Deutsch sprichst. Das ist ja der Hammer. Ich denke, die Deutschen würden eher finden, oh nein, bitte lass sie nicht mehr Deutsch sprechen. Sie wird unsere Sprache ruinieren. Okay. Dann sind wir jetzt am Ende des Interviews. Ja, es ist nur noch wenige Worte zu sagen. Wenn du erlaubst, würde ich gerne mit einem Lied abschließen für die Menschen. Okay. Dann danke ich dir erstmal jetzt für alles, was du mit uns geteilt hast. Und ich möchte hören, über was du singst. Es ist ein Lied für... Es ist ein Lied für die Frauen. Ich werde es einmal ganz singen und dann werde ich ein Lied für die Männer singen. Super. Fang an. Ja, das geht um dieses Gleichgewicht. Okay. Danke. Ich habe mich so männlich gefühlt. Ich meine so ausgeschlossen. Aber das bin ich ja gar nicht. Nein, das bist du überhaupt nicht. Bist du nicht. Das Schief, mit dem ich arbeite, sagt, dass im Herzen jedes Mannes eine kleine Frau ist und im Herzen jeder Frau ein kleiner Mann. Okay. Lass uns deine Songs hören. Okay. Ich danke dir. Dieses Lied ist ein Lied für die Erde. Es ist ein sehr, sehr altes Lied. Ein Lied der Erde für alle Menschen. Weil wir eine Erde sind und ein Volk. Dieses Lied ist für die Frauen. Wir beginnen mit den Frauen. Es ist ein Heilungslied. Ein Medizinsong. Für die Stärkung und die Ermächtigung des Weiblichen. Und nun für die Männer. Ein Segen für die Männer. Ah hey. Danke. 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 Vielen Dank.